Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um unsere Online-Kurs-Plattform, denn jetzt sind alle unsere Produkte erfolgreich umgezogen, auch alle schon älteren Online-Kurse und E-Books sind jetzt drüben und wir haben fantastische neue Funktionen, die ich euch natürlich auch kurz zeigen möchte. Auch deswegen, weil auf unserem YouTube-Kanal eine ganze Menge Follower auch sind, die bei uns ja Kunden sind. Daher ist das für euch, denke ich, schon ein bisschen interessant. Ich hatte schon mal ein Video dazu gemacht, dass wir jetzt diesen 20-stündigen Videokurs online haben. Das ist halt das teuerste Produkt, das wir haben, aber es gibt ja auch so ein paar andere. Hier unten sind jetzt schon zu sehen in diesem Slider, unsere alte Einführung Stromwirtschaft für 23 Euro Lernheftbeginner. Energiewirtschaft ist 100 Seiten lang in Print für 63, in Nicht-Print für ein bisschen weniger. Die alten Dossiers, aber auch der günstige Beginnerkurs für nur 19 Euro und hier das große Lernbuch mit 400 Seiten für 127 Euro. Also da ist schon einiges mittlerweile drauf, auch unser Smart Meter Videokurs. Genau, das ist jetzt auch eine schöne Bandbreite von wirklich günstigen Produkten bis hin zu diesen etwas teureren und in den nächsten Wochen, Monaten kommen noch einige Videokurse und E-Books zu verschiedensten interessanten Themen, zum Beispiel auch Marktkondikation und, ja, mal schauen, EEG wahrscheinlich auch. Also einiges, was noch auf der Agenda steht, aber auch schon hier bei mir zur Freigabe ist. Mein Team war da sehr fleißig. Ihr könnt euch das einerseits hier bei dem Shop nochmal anschauen, wenn ihr ein Kaufinteresse habt. Das ist ja alles verlinkt. Wie das funktioniert, habe ich in einem anderen Video schon mal gesagt. Ganz typisch in den Warenkorb rein, am Ende mit PayPal, Kreditkarte, Abbuchung, Sofortüberweisung, Rechnung, wie auch immer bezahlen. Und dann kriegt ihr automatisiert den Zugang. Das hat auch schon funktioniert. Nach dem ersten Video kamen schon die ersten Käufe für den teuren Kurs. Vielen Dank dafür. Was ich euch jetzt aber zeigen will, ist, alle bisherigen User, die jemals bei uns was gekauft haben, also irgendeinen günstigen Kurs oder irgendein E-Book, haben jetzt hier auf dem Dashboard, wenn man sich eingeloggt hat, dann unter meine Kurse die zugeordneten Produkte. Ich habe die alle zugeordnet. Das heißt, alle früheren Käufe sind jetzt hier auch aktiv. Das heißt jetzt hier halt meine Kurse, aber da sind auch die E-Books mit dabei, nicht wundern. Und dann seht ihr halt ja auch schon, grau, noch gar nicht angefangen. Also kleiner grüner Büppel, mal gestartet und etwas größer schon hier komplett grün ausgefüllt, heißt dann halt, dass ich diesen Beginnerkurs jetzt schon abgeschlossen habe. Nicht wundern, dass jetzt hier noch so ein Zeilenumbruch ist. Also schön ist es noch nicht alles, aber es funktioniert schon mal. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an dieser Stelle. Wenn ihr dann hier einen Zugriff habt auf eure Produkte, dann könnt ihr jetzt meinetwegen hier in das Lernbuch reingehen. Lernbuch Einsteiger, das ist das 400-seitige E-Book. Und dann habt ihr hier am Anfang noch mal so die Struktur, der Kapitel. Könnt auch hier dann jeweils direkt reinspringen. Das sind noch mal 30 Unterkapitel, die wir hier gemacht haben. Am Ende auch der PDF-Download. Und dann meinetwegen gehen wir mal in das Thema Energiehandel, Kapitel 10. Dann habt ihr hier eben die Struktur, die Inhalte als Text hinterlegt, als HTML-Text mit den Bildern, die dahinter stecken und so weiter, Tabellen, bla bla bla. Am Ende hier der Übungsteil als PDF-Download, wo man auch hier jetzt schon sagen könnte, das ist richtig, das ist falsch. Und dann habt ihr am Ende auch noch ein entsprechendes Kapitel mit den Lösungen, mit dem ihr dann praktisch arbeiten könnt. Das ist dann wieder in der gesamten Navigation verlinkt. Und jedenfalls, was auch hier genauso funktioniert, wie bei den Kursen, am Ende immer auf als erledigt markieren gehen. Und dann kriegt ihr, wenn ihr alle Kapitel als erledigt markiert habt, praktisch hier die Notification und den Award, dass ihr dieses E-Book abgeschlossen habt. Hier am Ende Lösungen zu den Übungsaufgaben, ein Klossar, PDF-Download, wie gesagt, und so weiter, Abbildungsverzeichnis. Das ist bei 400 Seiten Inhalt natürlich auch ganz hilfreich. Wenn ihr das dann abgeschlossen habt und ihr bekommt praktisch die Benachrichtigung, yay, ich habe das jetzt geschafft, dann habt ihr einerseits unter Meine Noten euren persönlichen Fortschritt in dem Dokument, jetzt zum Beispiel Beginnerkurs in der Gewirtschaft, so 100% abgeschlossen. Das ist der inhaltliche Fortschritt. Und auch 100% Note. Hier habe ich also alle Übungen bestanden. Zum Glück habe ich meine eigenen Übungen bestanden. Das zeigt schon mal, dass ich auch von mir selbst noch lernen kann. Und da seht ihr aber auch, okay, bei dem Kurs bin ich erst bei 2%, bei den anderen noch gar nicht am Anfang losgelegt. Also muss ich noch mehr machen. Und genauso wie bei dem anderen Kurs gezeigt, habt ihr hier ein tolles Reporting, weil hier nochmal als Zusammenfassung alles dasteht. Wann habe ich welches Kapitel gemacht? Wann habe ich welche Quizze bestanden? Welche Note dann am Ende? Auch 100% Note, super. Die Assignments wären so einreiche Aufgaben. Die haben wir jetzt hier natürlich noch nicht mit dabei, aber gerade in der Azubi-Begleitung können wir das dann sehr gut mit einbauen, so als Coaching-Bestandteil, dass dann eben zum Beispiel eine kleine Interpretation des Marktaufbaus einfach niedergeschrieben werden muss als Word- oder PDF-Datei, als TXT-Datei, was auch immer, PowerPoint, und eingereicht werden kann. Und einer aus meinem Trainer-Team würde das dann auch noch prüfen. Also hier haben wir wirklich schöne Möglichkeiten, um auch so eine Ausbildung, Weiterbildung, Quereinstieg zu begleiten. Die Auswertung kann dann als PDF gezogen werden und an die Personalabteilung dann gegeben werden, als so Ergebnis, wie man sich hier durchgekämpft hat. Das sind coole Geschichten, die also auch wirklich schön niederschwächtig und einfach funktionieren. Genauso haben wir dann hier auch Funktionen rund um Mitgliedschaften und Gruppen. Wenn ihr zum Beispiel als Stadtwerk mehrere Zugriffe hier kauft, dann habt ihr dann zum Beispiel euer eigenes Team. Das Hashtag-Team ist jetzt mein Team, wo meine Kollegen mit drin sind, Kolleginnen. Und da können wir untereinander noch mal Dinge hin und her schreiben, weil es gibt hier auch diese, hatte ich ja auch schon mal gezeigt, so leichte Facebook-artige Profile. Das habe ich jetzt geschafft, dann könnte auch jemand hier drunter schreiben, das hast du toll gemacht. Und ich habe auch so einen kleinen Award hier bekommen. Auch das gibt es hier dann eben alles als ganz nette Funktionen. Weil ich ja nun diesen Beginnerkurs geschafft habe, habe ich auch ein Zertifikat bekommen. Hier Abschlusszertifikat. Da kommt dann eben der Link auf mein Hey, ich habe das bestanden Zertifikat. Das ist jetzt der einfache 19-Euro-Kurs. Deswegen ist es so ein weniger hübsches Zertifikat mit voller Absicht. Und wenn ihr den großen Kurs bestanden habt, den 20-stündigen, dann kriegt ihr im normalen A4-Format auch ein etwas hübscheres Zertifikat automatisiert erstellt, was ihr euch dann auch ausdrucken könnt oder irgendwo hinspeichern könnt. Und wenn ihr für eure Ausbildung, für eure Weiterbildung, das nochmal in nochmal persönlicherer Form haben wollt, mit auch nochmal der kurzen Auswertung, wie lange ihr gebraucht habt, für zum Beispiel was und was genau die Inhalte waren, dann können wir das gerne dann auch nochmal machen. Dafür, wie gesagt, dann das Kontaktformular einfach nutzen. Benachrichtigungen, auch da gibt es dann eben so den interessanten Geschichten. Wenn ich hier irgendwas durchgearbeitet habe, hey, Lektionen geschafft, Sektion beendet, Kurs abgeschlossen, Abschlusszertifikat und dann auch hier der Link eben da drauf. Also wir haben uns hier viele Gedanken darüber gemacht, wie man das alles schöner, einfacher machen könnte als in der bisherigen Variante. Ihr habt dann hier also euren Zugriff über euer Dashboard. Ihr könnt euch einloggen mit eurer E-Mail-Adresse, mit der ihr irgendwann mal was gekauft habt. Und wenn ihr das Passwort nicht mehr wisst, gibt es da immer noch eine Passwort-Zurücksetzen-Funktion. Die funktioniert auch tadellos. Dementsprechend ist NNFD jetzt erstmal eine sehr coole Plattform für die persönliche Weiterbildung in der Energiewirtschaft. Allein unsere diversen Produkte suchen ihresgleichen. Insbesondere dieser 20-Stunden-Brocken, der ist natürlich krass. Wir werden jetzt noch einige Produkte, die so dazwischen liegen preislich und die auch inhaltlich dazwischen liegen, mit raushauen. Wir haben dann alles von wirklich den günstigsten Beginnerprodukten bis hin zu dem absolut erschlagenden Gesamtausbildungs-Machwerk. Und ich glaube, damit habt ihr einen Anlaufpunkt dafür, wenn ihr irgendwas lernen wollt in der Energiewirtschaft. Muss man nicht mehr weitersuchen, ist auch klar. Wer sich noch weiter da reinlesen will, AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutz-Erklärung, alles natürlich dabei. Wir werden jetzt hier auch nochmal den automatischen Widerruf mit einbauen. Am Ende ist es so wie immer bei PayPal. Wir haben jetzt Zahnarztwirkung bei PayPal. Ihr habt da den Käuferschutz. Wenn ihr sagt, das ist alles Blödsinn, könnt ihr über PayPal das Ganze wieder praktisch zurückfordern. Und dann wird halt auch hier der Zugriff automatisiert wieder abgebrochen. Also alles kein Problem. Wir haben das ja früher auch schon gemacht mit 14 Tagen Rückgaberecht und einmal 30 Tage Rückgaberecht. Das werde ich hier auch nochmal schriftlich mit dazu packen. Aber habt ihr ja sowieso bei Online-Produkten. Klar, ihr werdet ein Häkchen dann immer ausführen müssen, dass ihr darauf verzichtet. Aber wir werden es trotzdem einräumen, den Widerruf. Aber ich kann ganz kurz sagen, es gab nie einen Widerruf in unseren drei Jahren Geschichten. Ist das tatsächlich einmal doch passiert? Aber das war ganz schön unfair. Da hat einer einen Monat lang den Kurs verwendet und auch alles durchgespielt und genutzt und gemacht. Und dann am letzten Tag auch noch über den falschen Weg den Widerruf eingereicht. Naja, ich habe es dann trotzdem auch noch durchgehen lassen, auch wenn das nicht ganz richtig war. Heißt, wir versuchen das möglichst fair zu machen. Ihr könnt möglichst unkompliziert reinkommen. Startet im Zweifel mit dem günstigsten Kurs oder günstigsten E-Book, wenn das für euch erstmal ein gutes Kennenlernen wäre. Und lasst euch den teuren Kurs vom Arbeitgeber bezahlen, ganz klar. Das muss man nicht privat bezahlen. Über PayPal, klar, gibt es auch Ratenzahlungsmöglichkeiten. Aber das ist ein B2B-Produkt. Lasst euch das als Weiterbildungsschulung von eurem Stadtwerk, Energieversorger und Co. einfach bezahlen. Okay, auch da geht weiterhin, wer ein Angebot haben will für den internen Einkauf und dann Rechnungsbelegung. Auch da über das Kontaktformular einfach anfordern. Bitte ein Angebot über 10 Zugänge auf den Online-Kurs. Dann können wir eventuell sogar eine Menge Rabatt mit einbauen. Auch das geht natürlich. Okay, damit will ich euch gezeigt haben, die Funktionen auf unserer Plattform sind jetzt online. Es folgt jetzt noch ein Terminbuchungssystem, weil wir jetzt auch regelmäßig mal so aktuelle Webinare einfach machen wollen. mal eine Stunde über EEG-Entwicklung sprechen, mal eine Stunde über Marco-Entwicklung sprechen, also Marco-Kasson und so weiter. Da wird es dann relativ günstige Tickets geben. Die werden auch hier drüber laufen lassen. Und wir werden auch ein Terminbuchungssystem für unsere Schulungen hier drüber laufen lassen, dass wir praktisch so Termine einfach online stellen. Und wer die als erste reserviert, kriegt diesen Schulungstermin für das dann gewünschte Thema. Unser gesamter Schulungskatalog steckt dann dahinter. Das bauen wir jetzt aber noch. Das kommt vielleicht noch die Woche. Ich werde dazu natürlich dann auch ein Video wieder machen. Okay, schaut euch ansonsten auf unserem YouTube-Kanal das aktuelle Video zur Marktkommunikation 2022 an. Das sind ja die neuen Nachrichten-Tipp-Versionen für den Oktober 2022 gekommen. Das haben wir schon zusammengefasst. Und zu solchen Themen wird es dann auch hier mehr Lern-Content bei uns noch geben, aber eben auch immer den freien Content auf YouTube und Spotify und hier den Blog und so weiter. Also das hört natürlich nicht auf. Das lebt voneinander und soll euch ja auch das bestmögliche Lern-Ergebnis bringen. Wenn die YouTube-Videos nicht reichen, haben wir hier noch mehr. Ganz klar. Okay, soweit dazu. Schaut euch das an. NFDE ist immer verlinkt, auch immer am Ende jedes Videos so neben mir als Endblendung, aber auch immer unten in der Videobeschreibung. Keine Frage. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen zu unserem Online-Portal und zu den Funktionen und was euch vielleicht noch fehlen würde, gerne unten auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. und bis zum nächsten Mal.